. . . . . . . Das ist Heimat. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Als ich geboren worden bin, da hat die Wirtin geläutet voller Freude und hat gesagt, ja, da ist wieder einer. Joho! Weiter geht's! Ho, 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 ho! Wir haben keine Berge, wir haben keine Wälder, wir haben weite Sicht. Das zeichnet uns ja aus, dass sie immer etwas Weitsicht haben. . Postamt Wehner, morgens um halb sieben. Briefträger Jan Bruns bereitet sich auf seine Tour vor. Mehr als 700 Haushalte beliefert er jeden Tag. Schon seit fast 30 Jahren ist der Postbote hier im Raiderland. Da gehört man bei manchen Kunden schon fast zur Familie. Gestern zum Beispiel, da hab ich die Bewerbungsunterlagen für einen jungen Mann wieder nach Hause gebracht. Die kamen wieder zurück. Die Mutter, die hat drei Tage vorher immer gefragt, hast du Post für mich? Und wir warten nämlich. Unser Junge, der war jetzt beim Vorstellungsgespräch und ich wusste genau. Na ja, die würden sich freuen, wenn's klappen würde. Und es hat leider nicht geklappt. Und dann ist man natürlich doch ein bisschen traurig darüber. Und es tut einem natürlich auch in der Seele weh. Aber na ja, so ist das Leben. Jan Bruns ist echter Ostfriese, fest verwurzelt im Raiderland. Und seine Heimat immer treu geblieben. Das Raiderland ist quasi eine kleine Insel zwischen dem Dollard und der Ems. Auf der linken Seite haben wir die holländische Grenze. Und ja, ein Gebiet, in dem ungefähr 27.000 Menschen leben. Und ja, wo ich aufgewachsen bin und wo ich mich auch richtig wohlfühle. Micky! Ach, jetzt fehlt Micky. Schlechte Laune hat er selten. Jan Bruns ist bekannt als Frohnatur. Bei Wind und Wetter unterwegs, immer mit seinem Postfahrrad. Pro Tag legt er bis zu 35 Kilometer zurück. Sein Bezirk? Die Stadt Wehner und Umgebung. Ich war gar nichts. Dann war das. Ich bin Schwer. Ich bin Schwer. UNTERTITELUNG Oh, wat mooi. Ik hoor ook zo'n mooie kring nu. Internationaal van Hollandse namens ook. Hollands. Moin, post. Moin, Jan. Hallo, Inga. Hallo. Oh, wat mooi. Ik ben trots om ons opleefs. Ja, dan zeg ik het ook. Hallo. Om ons opleefs. Ja, maar goed. Echt hoe je het nu mooi kring? Ja, ze maken je sproen. Ja, bij mij gebruikt man dat niet meer. Ik heb zo'n kicken hier. Ik heb zo'n kicken. Polieren, Jan. Polieren, polieren. Jan ist unser zuverlässiger, witziger Postbote. Ja. Immer freundlich. Immer freundlich. Und immer gut zufrieden. Ah, jetzt überschreit das aber nicht so doll, aber naja. Das liegt daran, ich hab ja auch liebe Kunden, ne? Wir kennen uns. Ja, ganz früher, ja. Ja, Heiner ist heute besonders ruhig. Was ist mit Heiner los? Ja. Ja. Du musst wissen, gestern kommt er hier in fast ne Stunde zu spät. Ne? Und wieso? Sitzt beim Nachbarn erst und isst nicht schön am Koltisch. Mittagessen. Er schlawinert sich auch so durch die Nachbarschaft hier, ne? Hier gibt's Kaffee, da gibt's Mittagessen, ne? Ja. Da hab ich's mir aufgefallen, ne? Hab ich dir gleich gesagt. Heute bist du spät, Jan. Ja, natürlich. Ja. Das Problem, wo die Männer nicht zu Hause sind, ist Jan. Mittagessen. Ja, ja. Das ist der Postbote von nebenan. Bei uns ist das ja so, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann kann ich ja nach Hause gehen. Insofern wird eine Überzeit nicht angerechnet. Es ist aber auch so, wenn ich mal 20 Minuten eher nach Hause gehe, dann sagt auch keiner was. Insofern ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. So ist das hier im Raiderland. Nordwestlich von Wehner liegt das Dorf Ditzomer-Valat. Knapp 1000 Einwohner leben hier, dicht an der holländischen Grenze. Einer von ihnen ist Abo Heinke. Er ist der letzte Schmied im Raiderland. Jeden Tag um 12 geht er durchs Dorf zu seiner Schwester, die wohnt nur ein paar Häuser weiter. Mittagessen. Gerta Weber ist 82, aber noch äußerst fit und agil in ihrem eigenen Schuhgeschäft. Ja, läuft mal, ne? Auch. Genau. Gut, dann move hier, hierhin langs. Und hier so. Seitdem ihre Ehepartner gestorben sind, halten Bruder und Schwester zusammen. Sie sind inzwischen ein eingespieltes Team. Ja. Da hab ich ... Viel Glück mit, dass ich hierhergehen kann mittags. Auch sonst müsste ich Essen auf Rädern haben, aber dann kann ich besser zu meiner Schwester gehen. Da sind wir auch noch ein bisschen mehr zusammen, ne? Ja. Käsesuppe gefend auch. Hab ich vergessen heute Morgen bei Schilling. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Mahlzeit. Mahlzeit. Sie kocht für ihn und macht seine Wäsche. Dafür erledigt er bei ihr alles Handwerkliche. Regale bauen zum Beispiel. Davon braucht Gerta Weber jede Menge. In ihrem geliebten Schuhgeschäft. Ja. Hier so. Und hier geht er dann auch wieder. Mach auch im Licht. Und hier war früher so ein Stall. Und dann haben wir das Fenster rausgemacht. Und hier sind auch noch Schuhe. Kik. Sportschuhe für die Kinder. Hier sind zufällig diese Reihe. Das sind alles Gebrauchte. Und diese. Die kann man dann tauschen. Ich verkaufe die natürlich auch. Aber wenn nun jemand kommt, so, wir sind die zu klein geworden. Dann kriegt der ein paar größere. Und dann tauschen wir die. Und dann kostet nichts. Ja. Und hier geht's dann. Bei diesem Wetter sag ich dann mal schon, Vorsicht, hier kann man fallen. Bei diesem Wetter sag ich dann schon mal, geht man schon rüber. Und dann wird hier anprobiert. Diese. Kik. Das sind die. Ja. Und das sind mein Mann, warte, Kninken, Züchter. Kik. Fußballschuhe. Ja. Kik, das sind noch gute Schuhe. Nein. Aber alle wollen natürlich auch nicht immer Gebrauchte. Die wollen dann auch mal ein paar neue. Das ist ja klar. Die hab ich oben. Treppe rauf. Da ist die Sportabteilung, sag ich mal. Ja. Und das ist der Resthausschuhe. Das ist jetzt schon wieder zusammengepackt. Und hier kommen schon die neuesten Sandalen. Die sind ja vorige Woche gekommen. Jetzt kommen die Sommersachen rein. Sandalen. Das sind dann wieder Sportschuhe. Hier sind neue Fußballschuhe. Ja, ich hab ja nicht nur gebrauchte. Ich hab auch neue. Und das sind Sportschuhe. Gummisiebel. Und das sind alles Herrenpantoletten. Ja. Und da ist noch ne Reihe weiße Pumps, nur für Hochzeiten. Gerta Weber hat alles. Vor allem aber das wohl größte Herz in Ditzumer Verlade. Das wollen wir mal. Besonders beliebt ist sie bei den Kindern. Aber die werden weniger, sagt Frau Weber. Früher sei das Dorf viel lebendiger gewesen. Ja. So, und dann war da, nebenan war unser Klempner. Elektriker. Und selbst der nicht. Dann gleich das nächste Haus war Schneidermeister Klinkenburg. Und dann das nächste Haus war Bauunternehmer Debit. Und dann kam unser Verladshaus. Und von da, da war da hier Bäckerei. Und dann kam Freiburg Malermeister. Und dann kommt mein Bruder, also Schmiedemeister. Und dann kam die Post und dann kam wieder eine Tante Fricker Emmerland. Also das ganze Dorf war lebend. Handwerker und alle selbstständig. Wirklich. Das ist nicht zu glauben. Und jetzt ist leer. Musik Über fehlende Kundschaft kann sich Gerda Weber trotzdem nicht beklagen. Die Leute kommen von weit her, um bei ihr Schuhe zu kaufen. Vor allem im Sommer hat sie viele Touristen im Laden, hier in Ditzumer Verlade. Und Spaß macht es auch immer noch. Ist gar nicht so am Anfang. Nee. Ist schwarz. Weiß mit blau. Der passt. Der passt schon mal. Postbote Jan Bruns hat Feierabend. Und dann ist der 46-Jährige meistens mit seinem Cabrio unterwegs, als rasender Fotoreporter für die Heimatzeitung. Seit 21 Jahren schon fotografiert er Land und Leute und kennt sich bestens aus im Rheiderland. Heute macht er Aufnahmen vom Glockenturm in Midlum. Es gibt kaum eine Sehenswürdigkeit im Rheiderland, die Jan Bruns noch nicht in seinem Archiv hat. Mittlum liegt im Osten des Rheiderlandes, direkt an der Ems. Und auf dem Fluss ist er zu Hause, Jan Lohmann Bruns, einer der letzten Emsfischer. Früher war er Kapitän eines großen Krabbenkutters, damit ist jetzt sein Sohn auf der Nordsee unterwegs. Weil ich nun ja kein Mann bin fürs Haus, fürs Tapezieren und für Garten oder sowas, fehlte mir das wieder, die Fischerei. Dann hat meine Frau gesagt, hol dir doch wieder ein kleines Boot und mach doch noch für die Familie so ein bisschen Fischfang, dann bist du zufrieden. Ja, das hab ich dann auch gemacht. Seit fünf Jahren fischt er mit Stellnetzen. Früher war er jeden Tag mit dem Kutter auf der Ems. Die vertiefen ja jetzt seit 1984 schon. Und das wurde damals immer weniger. Die erste Zeit haben wir davon gelebt von der Emsfischerei. Es waren sieben Familien oder acht in Ditzung, die davon gelebt haben. Aber das wurde dann immer weniger. Weil die Meierwerft in Papenburg riesige Kreuzfahrtschiffe baut und über die Ems in die Nordsee bringt, wurde der Fluss immer weiter vertieft. In den 90er Jahren klagten die Fischer dagegen und bekamen eine Entschädigung. Ditzung erhielt eine neue, moderne Kutterflotte, hochseetauglich für die Nordsee. Aber das Fischen vor der Haustür war vorbei. Das Leben der Fischer änderte sich. Sie waren jetzt seltener zu Hause. Viele sind darüber noch heute wütend und enttäuscht. Ja, da ist zwei Kabel hier auf. Stint. Stint. Das ist ein Boot. Und das ist Stint. Im Stint. Das ist ein Hering. Viel ist das nicht, aber ja. Für die Familie langs. Manchmal ist auch ein dicker Fisch dabei. Da ist auch was, wa? Da ist auch Ware. Leben frisch. Der Kabel ja frisch Stint. Wenn man den sauber macht, der hat Stint im Magen. Kleine Stinte, etwas größere Stinte. Und Stinte gibt's im Moment nicht in der Nordsee, sondern nur in den Flussmündungen, weil die jetzt alle zum Laichen oben waren. Herbrum, da wo die Ems zu Ende ist, da laichen die Stinte. Und halten sich da auch ne gewisse Zeit auf. Und da versuchen die Kabel ja auch so weit wie möglich hinzukommen. Aber sie schränkt zurück für die Süßwasser, für die Brackwasserzone. Also sie halten sich immer hier so ein bisschen auf und warten, bis der Stint wieder zurückkommt. Und dann, wenn sie Pech haben, werden die gefressen. So hier, der hat noch welche im Maul. Stint. Kleinen Sprott. Stichling. Ja. So, nächstes. Sieben Netze hat Jan Lohmann-Bruns gestellt. Bis zu zweimal täglich werden sie geleert. Ich such noch ein paar Stinte aus für Oma. Die wollen heute Abend Stint essen. Enkel kommen auf Besuch. Ja, und dann muss der Schwieger so den Stint fangen. Im Hauptberuf ist Jan Lohmann-Bruns seit fünf Jahren auf der Fähre in Ditzum als Kapitän im Einsatz. Heute ist sein freier Tag. Ditzum, der malerische Hafen an der Emsmündung. Hier heißen alle Fischer Bruns. Direkt verwandt sind aber die wenigsten. Die Menschen leben vom Krabbenfang in der Nordsee oder vom Tourismus, der gerade in den letzten Jahren zugenommen hat. Ditzum ist der Haupturlaubsort im Rheiderland und hat sich noch viel von seiner charmanten Ursprünglichkeit bewahrt. Untertitelung im Auftrag des ZDF Ditzum. 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 Ditzum haben keine Wälder, wir haben weite Sicht. Das zeichnet uns ja aus, dass wir immer etwas Weitsicht haben. Arnold Fähnemar wohnt in Jengung-Geise, mitten im Rheiderland, dort wo es am tiefsten ist. Zusammen mit seinen beiden Söhnen bewirtschaftet er einen Bauernhof mit 150 Milchkühen. Amos, soll ich dir mal weiterjagen da hinten? Ja, da kannst du auch. Amos ist der älteste Sohn. Seit fünf Jahren haben er und sein Bruder den Betrieb offiziell übernommen und von Grund auf modernisiert. Die Kühe haben alle diesen blauen Block da ums Bein zu. Das ist ein Pädometer. Da kannst du besser sehen. Und dieser Pädometer, der hat erstmal die Identität der Kuh drin. Und dann hat er aber zusätzlich, das kann ich Ihnen nachher zeigen, da ist ein bisschen Sand drin, Granulat drin. Und in diesem Granulat sind ein paar Magnetkügelchen. Und durch diese Kügelchen kann man dann später auch erkennen, was die Kuh drin ist. Wie viel die gefressen hat, ob die sich hingelegt hat, wie lange die gelegen hat, wie viel die gelaufen ist. Und das gibt dann wieder Rückschlüsse darauf, ob die zum Beispiel ihren Eisprung gehabt hat und brünstig ist. Ob die irgendwie krank ist, weil die zu lange gelegen hat. Und die Daten, die hier jetzt erfasst werden, da wird zu einem die Milchmenge erfasst, dann wird die Milchgeschwindigkeit erfasst. Und der Computer hat natürlich auch die Daten von mal vorher. Und dadurch kann man auch sehen, ob zum Beispiel anhand des Milchflusses irgendwas nicht stimmt. Die gläserne Kuh sozusagen. Ein neues Zeitalter in der Landwirtschaft. Ich find's faszinierend, wenn die Jungs jetzt am Computer, wenn ich nachher die Milch schon sauber mache, da geht Amos an den Computer und sagt, Papa, die Kuh, hast du das gesehen, die ist krank oder die hat sich zu viel bewegt oder zu wenig bewegt oder hat kein Mehl abgenommen. Das ist eine wahre Freude. Und den Kühen gefällt's offenbar auch. Sie geben mehr Milch. Die Rechnung geht auf. Bist du schon fertig mit Milch, Amos? Das ist? Hast du Milch für Milch? Ja, das ist der Rest. Den musst du noch in rein. Ach so, du musst so lange warten. Ja gut, du musst so lange warten. Jan Fennema ist der jüngere Bruder. Auch er hat Landwirtschaft studiert. Im Stall nebenan versorgt er morgens die Kälber. Es ist gerade mal halb sechs in der Früh. Jan wohnt im Nachbardorf Weener Moor, nicht weit von hier, und kommt jeden Tag zum Arbeiten auf den elterlichen Hof. Vier Jahre lang hat er auf zwei Großbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wichtige Erfahrungen gesammelt als Herdenmanager. Die Landschaft ist da im Osten sicher auch schön, aber nichts ist schöner wie die Heimat. Und wir haben dann zusammen überlegt, wie wir den Betrieb hier weiter gestalten. Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir hier weiter wollen, dann müssen wir größer. Und das ist alleine nicht mehr machbar. Und dementsprechend haben wir uns dann überlegt, nach einer Übergangszeit, dass ich hier vorgehe, voll mit einsteige. Kein Viedegau. So, wo musst du ins Netz? Oh, die alte Socke muss ins Netz. Ja. Was gibt's da für Neues im deutschen Land? Ohne Personal. Was ist da dann? Ja, die wählen die Viede auch in Arten umrüsten, aber auf die Sparkasse demnächst so. Das wäre natürlich schade gewesen, wenn die nicht hier weitergemacht hätten. Aber umso mehr freut es mich, dass das, was wir beide zusammen aufgebaut haben, dann auch weitergeführt wird. Das muss ich schon sagen. Und wenn ich dann gucke, wie gut das läuft, dann bin ich auch ein bisschen stolz. Ein neuer Tag beginnt zwischen Dollard und Ems. Ab halb sieben werden die Grundschüler des Rheiderlandes, wie hier in Bundahee, eingesammelt. Mit dem Fahrrad zur Schule, das wäre zu weit. Die Busfahrerin macht diesen Job seit Jahren und sie kennt hier auf dem Plattenland sprichwörtlich jedes Kind. Fast das gesamte Rheiderland liegt unter dem Meeresspiegel. Eine Fläche durchzogen von Entwässerungsgräben, geschützt von Deichen. Und hier leben diese Kinder, abgelegen auf einsamen Bauernhöfen. Vor drei Jahren wurde eine neue Schule gebaut. Die Alte stand auf einem Deichrest und sackte eines Tages plötzlich ab, drohte einzustürzen. Und so setzte die Gemeinde, ausgerechnet hier in Ditzunge-Verlad, im verlassenen Dorf, ein wichtiges Zeichen für die Einwohner und ihre Kinder. Ich wünsche uns einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Saffenreuther und Birgit. Knapp 50 Schüler werden hier noch unterrichtet, in zwei Klassen, die erste und zweite und die dritte und vierte zusammen. Heute sollen sie ein Schiff auf dem Fluss malen. Sie sind alle sehr naturverbunden und mögen ihre Heimat, das Rheiderland. Wir haben alle Katzen und so und Hunde. Kühe fahren, Kühe. Die Landschaft hier. Doch die Zukunft dieser Schule ist nicht klar. Sollten die Schülerzahlen weiter sinken in den nächsten Jahren, ist es so geplant, dass aus diesem ganzen Gebäude alten Wohnungen gemacht werden können. Die ganzen Anschlüsse liegen auch schon bereit im Prinzip und ja, nach baulichen Veränderungsmaßnahmen könnten dann hier halt alte Menschen einziehen. Aber noch ist es längst nicht so weit. Mit der neuen Schule ist Hoffnung eingekehrt im Ditzumer Verlad. Briefträger Jan Bruns ist auch an diesem Morgen unterwegs. Wie immer, schnell und in seiner unnachahmlichen Art. Morgen! Hallo! So, ei ei ei! Ja, ja, Ruhe, Ruhe. Bitteschön, darf ich in die Post gehen? Ja, brav, ohlala. So, tschüss! Moin, Post! Hey, Melanie. Na, meine Liebe? Ich hab ein Einschreiben, Chef auch im Haus. Ja, die sind in der Küche, kannst du durchgehen. Dann nehme ich die Post gleich mit. Und sonst alles klar? Ja, und bei dir? Oh, ja, bestens. Hilfe. Darf ich da dran vorbei? Ja, klar. Komm. Moin, Post. Moin. Na, Frau Doktor? Hallo. Moin, Gerhard, du, ich hab ein Einschreiben für dich. Kannst du mir unterschreiben? Hab ich euch schon erzählt, dass ich schon 17-mal von einem Hund gebissen wurde? 17-mal? Ich denk, da kommst du bei deinem Berufsjahr billig davon. Ja, mag sein, aber einmal im Jahr mindestens. Und schlimm? Nö, aber ... Unangenehm? Unangenehm. Und vor allem, wir müssen jedes Mal zum Krankenhaus und Tetanol, Tetanus, und wie denn das so ist. Und dann ist ein Aal weniger schön. Das Tierarzt-Ehepaar Dodenhof ist vor 20 Jahren ins Rheiderland gekommen. Das Erste, was wir im Rheiderland gesehen haben, waren im Sommer die Kühe. Wir sind das erste Mal hier gekommen im Sommer. Und das Rheiderland stand passenvoll, also voll mit Kühen. Das ist noch eine der wenigen Regionen in Deutschland, die wirklich voll mit Kühen stehen. Und das ist natürlich was für ein Rindertierarzt. Und der zweite Eindruck war der alte Hafen von Wehner. Ja, und damit war's geschehen. Jan Bruns wohnt direkt am alten Hafen. Hier hat er 2010 eine eigene Wohnung bezogen, nachdem er sich nach neun Ehejahren von seiner Frau getrennt hatte. Aber das Single-Dasein war nichts für den kontaktfreudigen Postboten. Seit Oktober ist er wieder in festen Händen. Über eine gemeinsame Bekannte hat er seine Silvia kennengelernt. Hi. Hi. Na, Schatzi? Essen fertig? Ja. Was gibt's in der Chris? Hähnchen. Hähnchen, oh. Silvia ist Witwe und kommt ursprünglich aus Polen. Danke schön. Dankeschön. So, Schatzi. Guten Appetit. Oh ja, ich brauche jetzt ein bisschen Pause. Kleine Pause. Guten Appetit. Lasst es dir schmecken. Ja. Die Menschen, die Mentalität hat mich beeindruckt. Und das ist nicht nur Mentalität, auch den Akzent. Vielleicht ist den Ostfriesern das nicht bewusst, aber die haben ganz anderen Akzent in ihrer Sprache. Die sind so, so wie die sind, friedlich, freundlich. So ist dieser Akzent in der Sprache, so melodisch. Früher hat Silvia in Berlin gelebt, gut situiert, wohlhabend. Nach dem Tod ihres Mannes kam sie nach Ostfriesland. Und hier hat sie sich nicht nur in die Landschaft und in den Akzent verliebt. Sie sagt, ich habe was ganz Wertvolles gefunden. Ganz besonders Jan. Jan und seine Familie. Also ein toller Mensch, muss ich sagen. Ein wunderbarer Mann. Also hätte ich nie gedacht, dass ich würde so etwas noch in Deutschland erleben können. Also. Von Wehner sind es 25 Kilometer, immer an der Ems entlang, bis nach Oldersum. Das kleine Dorf liegt auf der anderen Seite des Flusses und hat fürs Reiterland eine große Bedeutung. Denn hier auf der Dietrichwerft wird jedes Jahr die kleine Fähre von Ditzum pünktlich zum Frühling General überholt. Sie bildet die wichtige Verbindung vom Reiterland nach Emden. Jan Lohmann-Bruns und sein Kollege Rolf Hommers werden sich ab morgen wieder als Kapitäne abwechseln. Alle Leute wollen was wissen, über Ditzum, über die Ems, über Emden, über Ostfriesland. Wieso das Wasser dahin läuft oder dahin läuft. Alle sechs Stunden wechselt, verstehen die meisten gar nicht. Wo sie übernachten können, wo sie gut essen können. Aber solche Sachen muss man dann. Und früher habe ich, das sage ich immer zu meiner Frau, früher war ich in der Fischerei, da tat mir die Hände und Arme weh. Und jetzt tut mir der Käfer weh. Das ist der Unterschied. Auch die Fähren der ostfriesischen Inseln werden hier in Schoß gebracht. Und alle Kapitäne gehen vor der Rückfahrt noch ins Magazin. Moin! Wie war's? Alles klar, Jan, was du haben willst. Komm her, ne Wurst! Da ist die Eisensäge, da schneidst du das Ding gut. Ja, das kennen sie alle. Die ganze Küste, weiß das, die legen extra die Termine zum Freitag hin, um halb zehn. Dann gibst du die Wurst. Das kennt jeder. Brötchen schneiden mit der Eisensäge, auch das gehört zum Ritual der Oldersommer Schiffbauer. Wolf Hommers und Jan Lohmann-Bruns kennen das seit Jahren. Das geht auf Menschen und schlechte Menschen. Das ist ein Brötchen, das ist ja auch. Ja, das ist so. Freitag um halb zehn wird hier gekriegt. Vor der Fähre wegfällt, werden die Fähreleute noch mal extra eingeladen. Und zur Not kriegen sie noch ein Landpaket mehr. Und manchmal gibt es dann auch ein Dankeschön aus Ditzum. Es kann sein, dass sie dann auch mal Fisch mitbringen, Krabben. Also sind schon ganz nette Leute. Krabben kriegst du ja jetzt fast jede Woche. Jede Woche kriegen wir eine Ladung Krabben. Hier ist so eine Krabben-Connection. Und wenn mein Sohn mit dem Fischkutter in Norddeich ist oder in Kufshafen und der fährt mit dem Auto nach Hause, dann bring ich einem Krabben mit, für die Werkfutzes. Ja, ich bin ja auch. Nicht mehr viel, ne? Genug geschlemmt, Leinen los, auf zurück ins Rheiderland. Zwei Wochen hieß es Auto statt Fähre, Straßen statt Ems. Jetzt reicht's ihnen auch den beiden Ems-Kapitänen. Jeden Tag mit dem Auto hierher, das ist man ja gar nicht gewohnt. Ich wohne direkt am Hafen, 50 Meter von der Fähre entfernt. Oder 75. Und jetzt fängt das normale Leben wieder an. Zehnmal pro Tag verkehrt die Fähre nun wieder. Endlich, sagen auch die Rentner am Hafen. Endlich wieder was los. Von Ditzum aus sind es nur wenige Kilometer nach Ditzumer verlaht. Schmied Abo-Heinken hat gerade einen Auftrag reingekriegt. Ja, wir haben den Futter, den Bock setzten. Das ist ja den Beruf schneiden, he? Ein Landwirt möchte jetzt im Frühjahr einen neuen Futterwagen haben. Der alte ist verrostet. Die Schmiede ist inzwischen über 100 Jahre alt. Da ist auch der Ambos weg. Von 1896. Und mein Vater, der hat das gekauft, 1926, die Schmiede, die alte Schmiede. Der alte Schmiede war verstorben damals. Und immer noch geht hier alles nach alter Tradition. Naja, fast. Das haben wir früher anders gehabt. Da geht mein Vater zur Küche und holt ein Stück Kohle raus oder ein Brikett. Und da wurde das Feuer mit angemacht. Abo-Heinken hat fast sein ganzes Leben in dieser Schmiede verbracht. Also ich bin 1948 aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Und dann, seit der Zeit mach ich das hier. Hab hier auch meine Meisterprüfung gemacht. Da lebte mein Vater natürlich noch. Und da haben wir uns unser Geld mitverdient. Und wie alt sind Sie jetzt? 86. Kurz vor sieben. Aber noch bin ich 86. Noch. In seiner Werkstatt hat Abo-Heinken viele Brückengeländer fürs Rheiderland gebaut. Aber auch Gartenzäune und Balkongitter. Der Schmied war früher ein gefragter Mann im Dorf. Die Handarbeitsgeräte für den Garten, das wurde alles vom Schmied gemacht. Ja. Aber das ist ja noch nicht mehr. Wo das ist, da hängen noch so verschiedene Modelle, was es früher alles gegeben hat. Das wurde dann alles geschmiedet, aber das ist ja alles vorbei jetzt. Wir hatten drei Schmiede im Dorf früher. Die konnten alle gut leben. Jeder hatte seine Stammkundschaft und das hat funktioniert. Lang ist's her. Aber die Lust am Schmieden hat der alte Handwerksmeister nie verloren. Ich mach erst mal die Spitze nach ihm. Ans Aufhören denkt Abo-Heinken nicht. Solange es ihm gesundheitlich gut geht, will er weitermachen. Er hängt an seiner alten Schmiede. Das weiß ich nicht, wie das weitergeht. Das müssen meine, meine Familie, ich hab ja noch die Schwester hier und die haben ja Kinder und die müssen das wissen, was sie damit machen wollen. Oder ich muss noch jemanden finden, der das weitermachen will. Aber das ist schwer. Das ist schwer. Abo-Heinken, der Schmied aus Ditzummer-Verlad. Der letzte seines Standes, in der alten Werkstatt an der Hauptstraße, auf der jeden Tag weniger Autos fahren. Denn viele Menschen sind von hier weggezogen, es gibt kaum Arbeit, Häuser stehen leer. Ein aussterbendes Dorf. Jan Bruhns ist wieder als Fotoreporter unterwegs. Gerade ist er auf dem Weg nach Jengumgeise, zu Arnold Fähnema, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt. Dem Landwirt, der hier mitten im Rheiderland wohnt. Moin, hallo. Komm, Arnold, wir fahren mal hin. Wir fahren los, Moment, ich muss meine Jacke anziehen. Wenn's etwas kühler ist ... Eigentlich sind wir auch verrückt, über die sind wir da. Ja, aber das ist ja alles in Ordnung, typisch Ostfels ist ein bisschen verrückt. Es geht um die Gänse im Rheiderland. Arnold Fähnema hat sich seit Jahren für die fliegenden Wintergäste eingesetzt. Inzwischen sind es mehr als 100.000 jedes Jahr. Für sein Engagement hat er im vergangenen Jahr sogar einen Orden bekommen. Arnold, wir müssen mal gucken. Ja, wir kochen mal. Du sag mal, die Gänse sieht ja wunderschön aus, aber ihr habt dadurch auch Nachteile, ne? Ja, wir haben seit vielen Jahren immer die Problematik vor uns hergeschoben. Wir haben Schäden und was machen wir dann? Und wir haben dann gesagt, wir setzen zusammen, Umweltverbände, Landwirte und versuchen mal ein Programm zu gestalten, damit die Gänse hier bleiben können und nicht vertrieben werden. Und das haben wir auch geschafft. 250 Euro bekommt nun jeder Landwirt pro Jahr und Hektar, wenn er die Gänse auf seinen Flächen fressen lässt. Vertragsnaturschutz nennt sich das. Gestern waren noch Gänse hier und das sieht man auch. Hier ist gar kein Gras mehr. Normalerweise wäre das Gras schon so hoch, weil das neu an Saat ist. Dies ist alles ratze, putze weg. Die Gänse kommen ins Rheiderland, weil es hier diese weiten Weideflächen gibt und viel Wasser, erzählt Arnold Fehnemar dem Reporter. Fast 90 Prozent aller Landwirte würden sich inzwischen an dem Schutzprogramm beteiligen. Bezahlt wird der Ausgleich vom Land Niedersachsen und der EU. Für Jan Bruns geht es zurück nach Wehner in die Redaktion. Für morgen will die Zeitung einen Aufmacher haben, denn die Gänse verlassen jetzt im Frühjahr ihr Winterquartier. Ich war gerade hinter den Gänsen näher. Du weißt ja, was lang geht. Natürlich. So, bis später. Jan Bruns gehört hier schon fast zum Inventar. Seit Anfang der 90er Jahre ist er für die Rheiderland-Zeitung im Einsatz. Mahlzeit! Moi! Moi! Du, ich war gerade bei Fehnemar. Ja. So viele Gänse auf einmal. Unglaublich. Du, das sitzen ja fast 100.000 Stück. Ja, ja. Mal gucken, was los auf dem Arker. Also ich habe jetzt Gänsefotos. Ich habe Frage des Tages von Arnold. Und ja, sag mal, was brauchst du? Ja, ein bisschen Text wäre nicht schlecht. Was hat er dir denn so erzählt? Ja, weißt du, Gänsepolitik, das Abfressen der, ja. Die machen ja alles K und ich denke, zwei, drei Spalter kriegen wir wohl hin. Martina, hast du ein Kartenlesegerät? Da müsste eigentlich bei dir auf dem Schreibtisch liegen. Achso. Fotoreporter, das ist genau sein Ding. Ich liebe meinen Job bei der Post über alles, ohne Zweifel. Aber hier hat man wirklich, hier hat man wirklich alles. Ich habe mit Joren Kreuf auf der Terena-Bank gesessen. Das ganze Stadion war rappedickel voll und war nur ein Platz frei, neben Joren Kreuf. Habe ich einfach Joren Kreuf gefragt, hör mal zu, darf ich neben dir sitzen? Und er sagt, ja, überhaupt kein Problem. Oder mit Kai Uwe, Reus Reus, Probefahrt, unvergessen. Also das sind Dinge, die vergisst man einfach nicht. Oder wetten das, mit Thomas Gottschalk mal ein Bierchen trinken, ja. Das war richtig nett. Wer bist denn du? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Praktikantin. Ah. Ich bin auch erst in zwei Wochen hier, anderthalb. Und wo kommst du her? Stille. Jetzt lass mich raten, dann bist du die Tochter von Heinrich. Ja. Ah, cool. Ja, nein, das konnte ich an ihren Augen sehen, weil, äh, wie die Mama. Ja, sonst sagen wir mal alle wie Papa. Als deine Eltern geheiratet haben, da lag ich im Krankenhaus und konnte leider nicht an der Feier teilnehmen. Das weiß ich noch wie heute. Unvergessen. Er kennt sie alle. Und darum ist er auch so wichtig für die Zeitung. Jan Bruns, ein wahrer Reiterland-Experte. Zurück nach Ditzum. An der Fähre ist der Alltag wieder eingekehrt. Ab sechs Uhr morgens bringt sie die Reiterländer zur Arbeit nach Emden. Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten. In dieser Woche ist Kapitän Rolf Hommers am Ruder. Sein Kollege Jan Lohmann-Bruns ist erst nächste Woche dran. Er kann immer noch in Ruhe fischen gehen. Früher hat er mal im VW-Werk in Emden gearbeitet, aber das war überhaupt nicht sein Ding. Am liebsten ist er immer hier in Ditzum unterwegs. Oder auf dem Wasser. Und hier ist noch die Netzmacherei von früher. Da saßen dann mein Opa, mein Vater und ich. Jeder hatte so eine Rolle und da wurden die Netze drübergezogen und gepflegt. Der Fischer hat aber auch noch eine zweite Leidenschaft, die irgendwie zu ihm passt, die er aber viel zu selten auslebt. Ja, einmal im Jahr nach Hamburg, Harley Treff und dann ist Feierabend. Ja, mehr Zeit habe ich nicht. Ich bin immer auf dem Wasser. Jetzt habe ich mir wieder so ein altes Schiff gekauft, auf Amsterdam, so ein Plattboden-Schiff. Das baue ich jetzt, fünf Jahre arbeite ich noch, in fünf Jahren soll das fertig sein. Kommt eine Wohnung rein, Dusche, Toiletten oder sowas. Und dann wollen wir da so ein bisschen mit, wenn wir beide dann, wir sind gleich alt, beide 7,50. Und dann mit 62, so, dann hören wir auf und dann wollen wir so ein bisschen die Inseln abklappern und das tun, was wir in jungen Jahren nie konnten. Denn schon als Kind war Jan Lohmann Bruns ständig mit seinem Vater und seinem Opa auf dem Kutter. Er ist Fischer in siebter Generation. Nur einen Steinwurf von der Hafenmauer entfernt, direkt am Deich, ist er aufgewachsen. Und hier wohnt er bis heute. Das ist Heimat. Also ich kann mir das nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Wenn ich im Urlaub fahre, muss ich immer ans Wasser. Und ich denke immer an das. Wenn ich hochkomme, erstmal gucke ich Wasserstand. Wo kommt der Wind her? Das sehe ich da an den Windmühlen. Oder an den Flaggen, die da wehen. Welche Kutter sind draußen, welche nicht. Ja, was ist hier los am Hafen? Wer läuft hier rum? Ist da noch jemand, wo man kurz mitschnacken kann oder so? Ist doch... Also eigentlich besteht bei mir das nur hier aus dem Hafengelände. Und wenn die Leute, wenn ich dann auf der Fähre arbeite die Woche, und wenn die Leute morgens zur Arbeit gehen, ob das jetzt halb acht ist oder sieben, sie fahren alle zum Hafen, drehen eine Runde und fahren dann zur Arbeit. Kommen sie wieder um vier, fahren sie wieder zum Hafen, drehen eine Runde, gucken, ob alles in Ordnung ist und fahren dann nach Hause. Es wäre Frau. Ja, Hans! Hast du schon mal Fahrrad gefahren überhaupt? Ja. Ja? Aber wenn egal. Du, jetzt fahren wir mal zu Hafen. Vorsicht! Jetzt hier langsam rüber. Langsam rüber, Auto, stopp. Und ja. Das muss ich noch lernen. Ja, glaube ich auch. Jan Bruns will seiner Freundin heute einen großen Wunsch erfüllen. Moin, Hans! Hallo. Hallo. Ui. Hallo. Hallo. Ich übe. Ja. Übung mag der Meister. Ja. Meine Freundin, die wollte ganz gerne mal melden. Einfach mal eine Kuh melden. Ja, das geht wohl. Ja? Ja, natürlich. Ja, komm, Silvia, einmal Kuh melden. Komm, das wollen wir mal sehen, ob du noch eine Kuh melden kannst. So auf dem Bogen oder wie soll das? Ein was? Oder auf dem Bogen oder will ich in Eimer leben? Was heißt auf dem Boden? Auf dem Grund. Auf dem... So, auf dem Fußboden. Nein, na, wenn schon dann einmal, ja, bitte? In Eimer. Ja, nun, dann kriegst du einen Eimer. Oder ein Glas? Ein Glas, ja. Dann kriegst du ein Litermaß oder so. Oha. Oh, oh. Da müssen Sie sich erschrecken oder so, ne? Komm, 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 wir sind in der Schwamse. Oh, oh. Natürlich, wenn man... Trotz ich mich, wenn ich Sie beruhre. Ja, ich mein, das darfst du ruhig so. Ich bin aber... Da, 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 da. Oh, oh. Das macht sie vielleicht. Oh, das fühlt sich aber gut. Schön warm, ne? Ja. Ja, ich möchte jetzt probieren. Und wie macht man denn das? Man muss sich ja bücken. Ja. Und dann macht man die Zitzen jetzt ein bisschen sauber. Und dann stellt man die da hin. Und dann merkt man da rein. So geht das. Kannst du dich denn so bücken, dass du da runterkommst? Ich kann... Knie beugen. Ja, die drücken mich. Die drücken mich wirklich. Die wollen schmusen. Ja, da schmusen wir, ja, ja. Nee. Oh. Ah. Ey, du. Du, die drücken sich. Ja, da sitzt ein Kalb drin. Die kriegst nächsten Tage ein Kalb. Da kannst du vielleicht fühlen. Da sitzt er, hier. Wo ist ein bisschen Hardis? Vielleicht kannst du da hören. Aber du sollst die hier merken, ne? Du, mach ein bisschen Platz. Mach dich nicht so breit. Wird nicht geschummelt. Oh, mach ich! Klasse! Ja, wunderbar! Oh! Aber wir schaffen uns jetzt aber keine Kühe an, ne? Nein. Zuerst hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas in meinem Leben erleben kann. Das war ein Traum von Paaren, das ich in meinem Leben gehabt habe. Ein wunderschönes Gefühl. Äh, wow. Das fühlt sich auch toll. Und stellen Sie sich vor, ich, welchen Lebensweg habe ich gehabt oder bin ich gelaufen, dass so etwas in Erfüllung passiert oder kommt. Entschuldigung, mein Deutsch ist im Eimer. Ich bin so aufgeregt. Berührt, sagt man. Ja. Ähm, ja. Wow. Tschüss, meine Süße. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Okay. Bleiben Sie gesund? Ja. Sie auch. Ich auch. Ja. Wir werden zum Täuern. Ja, mein Schatz, danke schön. Danke, danke, danke. Kann ich für. Bitte schön. Oh, du bist so lieb. So, bis denn. Ja. Tschüss. 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 Auf den Spuren der Liebe ist auch Arnold Fähnemer an diesem Tag. Der Landwirt aus Jemgumgeise kommt gerade aus dem Dorf zurück. Er hat Blumen für seine Frau gekauft. Heute ein besonderer Tag. Ich bin heute 44 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Seit 44 Jahren kennen und lieben wir uns. Sie waren beide Anfang 20, als sie geheiratet und den Hof gekauft haben. Heute haben sie fünf Kinder und sieben Enkelkinder. Hallo, 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 hallo. Mein Schatz, 44 Jahre, danke schön. Danke schön. Obischon, obischon, klasse. Ja. Super. Schön. Die braucht eine schöne Vase. Kriegen wir. Ja. Besten Dank. Gemeinsam haben sie den Hof aufgebaut und sich immer gegenseitig Respekt abverlangt. Die Bilanz nach 44 Jahren Ehe. Wunderschön. Ja. Geht gar nicht besser. Arnold, Hilfe. Und dafür gibt es auch einen Grund. Arnold und Johanna Fähnemer haben ein Erfolgsrezept für ihre langjährige Partnerschaft. Ganz viel miteinander reden. Und nie mit unversöhnlichen Worten ins Bett gehen. Doch auch an so einem Tag muss auf dem Hof der Familie Fähnemer gearbeitet werden. Im Kuhstall herrscht Aufregung. Die Kühe werden schon unruhig, die wollen raus, ist Frühling. Seit Oktober waren die Tiere im Stall. Jetzt können sie es kaum noch abwarten, an die frische Luft zu kommen. Die Kühe, jetzt ist das einfach auch vielleicht ein Stückchen Freiheit. Und auch einfach Frühjahr. Und insofern auch ein Erlebnis, so als wenn wir in den Urlaub fahren. Dass wir uns bewegen können und dass wir das tun können, was einfach Spaß macht. ganz schön. Musik Musik Lebensfreude pur für die Tiere und für uns, das ist wirklich ein Abschnitt. Wenn die Kühe rauskommen, dann ist das wieder ein Abschnitt. Wir haben eine ganze Etappe Stall, ist wieder vorbei, Frühling, frische Luft. Natur wacht auf, die Kühe sehen, wie die sich freuen. Ein ganzer Abschnitt. Jedes Jahr wieder etwas Neues und ein gutes Gefühl, wenn die Kühe rauskommen. Und in einigen Tagen wird es überall im Rheiderland so aussehen. Schwarzbunte, so weit das Auge reicht. Jan Bruns ist auf dem Weg nach Ditzemer Verlade. Dort hat er noch einen Fototermin, bevor er am Abend mit seiner Silvia wieder etwas ganz Besonderes unternehmen will. Hallo. Die Grundschule des Dorfes. Wo am Vormittag noch Bilder gemalt wurden, ist jetzt eine Bühne aufgebaut. Generalprobe der Verladeer Spölbühne. Dann hat es so eine Veranstaltung für das Dorf, will ich einen hohen Stellenwert, oder? Vierze, weil hier ist ja sonst auch so ein Sportverein, nicht viel. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was immer noch da ist, bei denen, die schon seit Jahren von Verlade weggezogen sind. Aber wenn es um den Tustitzmann-Verlade oder um die Verladeer Spölbühne geht, das sind so diese Geschichten, wo sich dann jeder wieder zu seinem Dorf hingezogen fühlt. Und das merkt man jedes Jahr wieder, wenn wir spielen, dass dann doch etliche Menschen hierher kommen und sich die Karten kaufen und das Stück sehen wollen. Und das spiegelt diese Dorfgemeinschaft wieder. Fünf Aufführungen sind geplant und alle sind ausverkauft. Ein sterbendes Dorf sieht anders aus. So, seid ihr bereit? Ich mach mal ein schönes Foto. Sie sind bereit. Achtung! Ja, super, Achtung! Und alle an den Kuchenrand. Und Dankeschön. Jetzt wird es aber Zeit, Jan Bruns muss zurück nach Wehner. Denn dort ist heute Abend ein Spektakel am Deich zu erleben. Sogar Bier und Bratwurstbuden wurden aufgebaut. Silvia ist gespannt, was Jan ihr heute zeigen will. Oh, guck mal, hier, da. Ja, sehe ich. Unglaublich, ne? Aber es ist beleuchtet. Ja, natürlich ist es beleuchtet. Wahnsinn, ne? So, geh weiter, wir müssen zum Deich. Ein Kreuzfortschiff, der Meier werft, wird überführt. Unglaublich, ne? Ja. Ein Schiff muss hier durch. 2500 Menschen arbeiten auf der Werft in Papenburg. Viele von ihnen kommen aus dem Raiderland, sind Spezialisten für den Bau der größten Luxusliner der Welt. Ihre Schiffe werden bewundert von Touristen und Einheimischen. Bestimmt schon 20 Mal. Also alle paar Monate, beziehungsweise alle halbe Jahre immer wieder. Das ist immer wieder beeindruckend. Hier ist das erste Mal. Und dann tut mein Herz so. Puh, 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 puh. Ich kann mir vorstellen, was die Menschen hier empfunden seien. Stolz, gewissener Stolz. Denk ich mir. Ich bin hier neu gekommen, aber trotzdem irgendwie im Ganzen. Ja, da wächst man ein bisschen mit, ne? Mit dem Schiff hoch hinaus. Ein bisschen. Wow. Ein Schiff als Visitenkarte für die Welt. Gebaut von Ostfriesen zwischen Dollard und Ems. Wie gesagt? Ja! Ja! So, jetzt einmal time to say goodbye, aber es wird leider jetzt nicht gespielt. Juhu! Das ist der Abschiedsgruß. Aha. Ja? Ja. Wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020